Hallo zusammen, Portrait-Fotografie, darum geht es heute so ein bisschen und zwar einen Standard-Trick, den du wahrscheinlich schon oft gehört hast oder noch oft hören wirst, der falsch ist. Ich erkläre dir, warum der falsch ist und was du stattdessen machen solltest. Ganz kurz zum Sound, es ist doll am Regnen, nicht am Metalldach, vielleicht hört man es ein bisschen, es ist doll am Regnen, aber das ist ja auch ein Thema für einen verregneten Sonntag, Montag, Dienstag, wie auch immer, heute ist Montag. Und zwar, ich zeige dir mal ganz kurz, wie das aussieht. Und zwar filme ich mich jetzt mit der Sony A7S III im Selfie-Modus, das heißt, ich schiele immer so ein bisschen am Objektiv vorbei. Ich bin jetzt auf 50mm, ich erkläre gleich, warum ich auf 50mm bin und warum du das nicht machen solltest, aber es verdeutlicht den Effekt ein bisschen mehr, deswegen jetzt für das Video. Der Standard-Tipp ist immer so ein bisschen folgendes, du hast eine Person, stellst sie vor die Kamera und zwar einem Nicht-Model, eine ganz normale Person von der Straße und sagst, du willst ein Portrait machen. Was macht die Person, die versucht gerade zu stehen, macht die Augen auf, damit sie nicht blinzelt und steht so da, sieht immer doof aus. Wenn sie ein bisschen fülliger ist, kriegt sie ein Doppelkinn, weil sie so steht, man reißt die Augen auf, was immer doof aussieht und man sieht einen Stock im Hintern. Sieht doof aus. Und der Standard-Tipp ist jetzt folgender, leicht seitlich stellen, vordere Schulter runter, Kopf nach vorne bringen. Ich als Person kann dir sagen, es fühlt sich doof an und ich wette, für dich sieht es auch doof aus. Oder jetzt ein Foto machen, klick. Sieht doch doof aus, oder? Also ich fühle mich doof. Und jetzt kommt es, wenn du ein Hobbyfotograf bist und du hast jemanden vor der Kamera, der weiß, dass du ein Hobbyfotograf bist und der hat eigentlich nicht wirklich Lust, sich zu fotografieren zu lassen, aber naja, dir zuliebe macht er oder sie das halt. Und die Person merkt, dass du da rumdokterst, die Person fühlt sich unwohl und fühlt zu nichts. Ich erkläre gleich, warum, was du stattdessen machen sollst. Aber dass du es verstehst. Ich erkläre mal ganz kurz, warum man das macht. Die Person steht stocksteif, sieht auf jeden Fall doof aus. Leicht seitlich, vor allem als Mann, weil man sieht, achte mal drauf, ich sehe breiter aus. Wenn ich mich jetzt ein bisschen drehe, sehe ich breiter aus, oder? Brustkorb sieht breiter aus, hat mehr Fläche und dadurch sieht es breiter aus. Das muss bei einer Frau nicht zwingend richtig sein. Bei Männern ist eigentlich fast immer seitlich stehen besser. Leicht seitlich, nicht nicht seitlich, leicht seitlich, weil man eben ein bisschen breiter aussieht und das will man ja. Warum das Kinn runter, Kopf nach vorne? Gerade wenn du Leute hast, die ein bisschen fülliger sind, die vielleicht ein Doppelkinn haben. Wenn ich so stehe, habe ich ein Doppelkinn. Selbst ich habe ein Doppelkinn. Wenn ich den Kopf nach vorne bringe, habe ich kein Doppelkinn mehr. Es sieht aber doof aus. Jetzt musst du dazu wissen, alles, was nah an der Linse ist, bewegt auf dem Foto größer. Wenn ich so stehe, habe ich einen kleinen Kopf, jetzt habe ich einen großen Kopf. Der Kopf wird proportional immer größer. Bloß irgendwann ist es natürlich doof. Und deswegen ist die Idee, ein bisschen nach vorne bringen und runter, weil jetzt spannt sich meine Haut. Und dann halt eben nicht so da stehen, weil das sieht doof aus. Also Kinn runter. Aber es fühlt sich doof an und es sieht doof aus. Ich sage, wie es besser machst. Die Person steht erstmal stocksteif da, leicht seitlich stellen. Und du guckst durch den Sucher, du redest mit der Person. Gleich seitlich, so dass es gut aussieht. Und jetzt nicht sagen, Kinn runter, Kopf nach vorne, mach die Schildkröte, sieht doof aus. Sondern was du stattdessen sagst, weil ich stehe jetzt so, bring die Stirn leicht zur Kamera oder bring die Stirn leicht zu mir. So, jetzt kommen die Stirn ganz leicht zu mir. Okay, ja, ein bisschen runter, genau so, ja, so, genau, sehr gut. Und schon sieht es natürlicher aus. Das ist aber furchtbar schwierig. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt war, weil ich mich nur so grob sehe aus der Entfernung. Aber es sieht ein bisschen, es sieht sofort komisch aus, wenn man es nicht sehr in Nuancen macht. Aber die Person wird schnell nervös oder merkt, oder hat das Gefühl, dass du keine Erfahrung hast. Wenn du sagst, ja, ein bisschen tiefer, nein höher, nein tiefer, nein mehr nach rechts, mehr nach links, Moment, nein zurück, eben war gut, stopp, Moment. Moment, doof. Deswegen ist es schwierig, das zu machen. Das gut zu machen ist schwierig und braucht viel Zeit oder sehr viel Übung. Aber vor allem auch Zeit, gerade wenn das Leute sind, die du nicht kennst. Nichtsdestotrotz hat das was. Das ist nicht völlig falsch, natürlich, wie immer, wenn man das geübt hat. So, wie mache ich sowas? Wenn ich Leute fotografiere, die ich nicht kenne und wo ich keine Zeit habe, also Mitarbeiterfotos. Ich fahre zu einer Firma, ich soll 100 Leute, an einem Tag 100 Leute fotografieren. Dann habe ich drei Minuten pro und die Leute kommen und haben keinen Bock und haben andere Sorgen und so weiter. Was ich also mache, ist genau das, stehe ich gleich seitlich, stehen so ein bisschen runter, ja gut, zick, that's it. Dann sind das aber auch nur Standard-Mitarbeiterfotos und je mehr Zeit ich habe, desto lockerer werde ich dabei. Jetzt kommen ein paar wichtige Tipps. Jeder Mensch ist anders. Wenn du eine sehr schlanke Person hast, willst du vielleicht versuchen, gerade einen Mann, willst du vielleicht versuchen, den ein bisschen breiter aussehen zu lassen. Wenn du einen durchtrainierten Sportler hast, willst du ihn ein bisschen breiter ausstehen lassen. Aber das passt nicht immer. Also nicht rezeptartig aufschreiben, der Mensch muss immer breit stehen. Nein. Vielleicht hast du jemanden, der sehr breit ist und der ein bisschen schmaler aussehen soll, damit er nicht so wuchtig ist oder sowas. Der soll halt frontal stehen. Und das hängt auch ab von der Kleidung. Vielleicht hat er komische Streifen drauf und du willst ihn verstecken. Also doch wieder seitlich. Oder andere Seite oder so. Das kann ja auch sein. Dann ganz wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste von diesem Video. Wenn ich sage, jeder ist es falsch, aber jeder hat so ein bisschen eingebildete Makel. Muss ich das vorsichtig formulieren. Also Praxisbeispiel, ich habe hier so einen Knubbel. Bei dem Lichtsetup sieht man den wahrscheinlich gar nicht oder kaum. Und den habe ich von Geburt an. Das stört mich überhaupt gar nicht. Der gehört zu mir. Ist auch nicht schlimm oder sowas. Aber angenommen, der würde mich stören. Das wäre eine Warze oder sowas. Da würde ich immer versuchen, so zu stehen, damit man den nicht sieht. Da will ich ja nicht, dass er so ist, damit er größer ist und voll beleuchtet ist, sondern wenn das eine Warze wäre, würde ich sagen, nee, irgendwie verstecke die doch mal so ein bisschen. Am besten nur von der Seite fotografieren. Das Problem ist, die Leute wissen das häufig nicht bewusst, sondern nur unbewusst. Und vor allem sagen sie das nicht. Eine Warze würde man vielleicht noch sagen, ich als Fotograf frage dann auch, du hast da eine Warze, soll ich die verstecken oder nicht? Oder Muttermal oder sowas. Da kann man ja drüber reden. Ist ja nicht schlimm. Die Person weiß, dass sie da Muttermal hat. Aber häufig wissen die das eben nicht so genau oder sagen es halt nicht. Das heißt, was ich denn mache, ich rede mit den Leuten, ich zeige ihnen mal ein paar Fotos. Also ich mache ein paar Fotos, zeige sie ihnen und dann versuche ich rauszukitzeln, was gefällt ihnen an sich. Die allermeisten, also jeder, ohne Ausnahme, jeder hat eine präferierte Seite. Die meisten wissen das nicht. Die machen Selfies immer so oder immer so. Das heißt, ich sage, ich mache ein paar Fotos so, dann sage ich mal andersrum, ein paar Fotos so und dann zeige ich ihnen beide Fotos und sofort weiß ich, welche Seite die Person präferiert. Ich weiß das vor der Person, weil ich sofort an ihren Reaktionen sehe. Also ein wichtiger Tipp, präferierte Seite und das ist eben häufig deswegen, weil man einen eingebildeten Makel hat. Punkt zwei, Licht, Licht, Licht. Ich habe jetzt hier ein Setup von drei Lampen, das habe ich bewusst gemacht, das ist ja kein Zufall. Wenn ich die Lampe mal wegmache, dann bin ich jetzt sehr hellfrontal beleuchtet und das läuft nach hinten aus. Also meine Ohren sind dunkler als meine Nase, weil das Licht von vorne kommt und ich habe kein Rimlight. Jetzt bin ich aber ein bisschen sportlich, ich mag mich sportlich dynamisch. Das heißt, ich mag das mit ein oder sogar zwei Rimlights, weil dadurch sieht mein Schädel einfach noch ein bisschen, ich habe mehr Kontur. Achte mal auf die Kontur von meinem Schädel, jetzt mache ich das Licht wieder an. Ich habe es mir bewusst ein bisschen heller gemacht, dass man das sieht. Das heißt, ich leuchte hier so ein bisschen. Und dadurch sieht mein Schädel, achte mal drauf, die Wangenknochen oder die Wange sieht hier anders aus als hier. Hände weg. Aber das kommt nicht jedem gut. Wenn ich eine Blondine wäre, hätte ich jetzt ein Haarlicht. Kommt wahrscheinlich gut, wahrscheinlich nicht. Ich habe ein schwarzes T-Shirt an von der schwarzen Wand, das heißt, oder ein dunkelblaues T-Shirt, das heißt, ich bin sehr dunkel. Ich brauche ein bisschen Licht von hinten, damit man mich überhaupt sieht vor dem dunklen Hintergrund. Auf solche Nuancen achten. Es kommt viel Licht von vorne. Ich bin kurz vor 50, ich habe ein paar Falten und so weiter, aber mit diesem Licht sieht man das kaum. Wenn ich das Licht von der Seite bringe, ein Licht von der Seite, das andere mache ich aus. Was passiert jetzt? Achte mal drauf, hier bin ich heller als hier natürlich, hier habe ich dunkle Falten. Schatten, dunkle Augenringe, Schatten, weil du siehst Poren, Falten, weil du den Schatten da drin siehst. Das musst du versuchen mit Licht auszufüllen, das hilft. Warum ist das so wichtig? Nicht nur, weil die Leute sollen natürlich gut aussehen, sei denn du machst jetzt ein Grufti-Porträt, Charakterporträt, einen alten Fischer oder sowas. 80-jähriger Fischer, gesichtvoller Falten, die du zeigen willst, der soll aussehen wie 103, dann lass das Licht von der Seite kommen. Die 40-jährige Geschäftsführerin, die jung und dynamisch aussehen will, Gesicht von vorne, Gesicht ausfüllen. Vor allem am Anfang, die ersten paar Bilder mache ich immer so, weil das bricht das Eis. Die Person sagt, oh, hm, ist der auch gut aus, heute sehe ich ja jung aus. Ja, Eis gebrochen und schon vertraut die Person dir. Also Licht ist super wichtig. Fotografieren, Licht, kann man darauf kommen, dass es wichtig ist. Aber so dieses, der erste Eindruck, die ersten paar Bilder, schon mal so ein bisschen hell und freundlich, die sofort die Person gut aussehen lassen. Schnell rausfinden, welche Seite es preferiert und so oder so gut aussehen lassen. Mit diesem Licht, zwei Lichter von vorne, hat den Vorteil, ich kann mich so rumdrehen, ich kann mich so rumdrehen, spielt keine Rolle. Es kommt einfach viel Licht von vorne, ich bin gleichmäßig beleuchtet. Es gibt so natürlich kein Charakterporträt. Aber jetzt kann ich sagen, okay, Charakterporträt, machen wir doch mal die Lampe aus. Und schon habe ich hier eine dunkle Seite, schon sieht es ein bisschen charakteristischer aus. Ein bisschen dynamischer, vielleicht ein bisschen düsterer meinetwegen auch, wenn ich jetzt noch finster gucke, Hut aufsetze oder so. Und damit kann man spielen, und zwar in Sekunden. Vorausgesetzt natürlich, Mathe hat so ein flexibles Lichtsetup. Das sind jetzt Videolampen, das kann man natürlich genauso machen mit Blitzen. Und das kann man auch am Fenster machen. Das ist jetzt einfach eine große Lichtfläche. Also ich könnte jetzt am Fenster stehen, du sitzt mit dem Hintern auf der Heizung, da ist es mollig warm und ich werde halt von dem ganzen Fenster beleuchtet. Voilà. Einen Reflektor hinten hinstellen oder eine Lampe hinten hinstellen, dafür, wenn man gut ist. Also rausfinden, welche Seite. Positives Licht, positives Licht, damit immer anfangen. Bei Leuten, die du dich kennst. Und dann, wie ich gesagt habe, so ein bisschen auf die Pose achten. Versuchen, das Gesicht ein bisschen zu straffen durchaus, aber eben nicht so. Jetzt habe ich bewusst 50 Millimeter genommen. 50 Millimeter ist ungefähr das, was man als Mensch sieht. Das heißt, du siehst jetzt ungefähr das, was du auch sehen würdest, wenn du vor mir stehen würdest. Wenn das jetzt ein Workshop wäre, du würdest vor mir stehen, ich würde das erklären, würdest du das ungefähr so sehen, wie hier auf dem Video. Wenn du aber durch die Kamera guckst, und das wäre auch noch so ein Praxistipp, Portraits macht man in der Regel als Daumenregel mit 85 Millimeter. Als ich das noch beruflich gemacht habe, ich habe beruflich eine Zeit lang Mitarbeiterfotos gemacht bei Firmen, da habe ich 100 Millimeter genommen. 100 Millimeter ist mehr als 85. Das erlaubt mir, einen Schritt zurück zu gehen. Bei Leuten, die ich nicht kenne, rücke ich dadurch weniger wahrscheinlich so in ihre Privatsphäre rein. Man mag das ja nicht. Wenn fremde Leuten einem zu nahe treten, ist ja unangenehm. Also bin ich einen halben Schritt weiter weg. Dazu kommt, ich habe immer eine fixe Brennweite. Das heißt, wenn ich bei einer Firma mehrfach hinfahre an verschiedenen Terminen, ich habe immer dieselbe Brennweite, ich habe immer den selben Abstand. Die Leute sehen nachher gleichmäßig aus, weil die sind häufig nachher nebeneinander auf der Webseite, die Bilder, und dann sollen die alle gleich aussehen. Und es erlaubt außerdem, du hast, je mehr Tele du hast, desto mehr Komprimierung hast du. Es gibt ein Video von mir, wo ich erkläre, dass es keine Komprimierung gibt, aber nichtsdestotrotz, es sieht so aus, optische Täuschung. Und das heißt, wenn ich so stehe, dann siehst du, da stimmt was nicht, weil der Kopf zu weit vorne ist. Je mehr Brennweite ich nehme, desto weniger fällt das auf, weil du siehst ja jetzt, der Kopf ist weit weg vom Brustbein, weil ich ihn nach vorne schiebe. Wenn du diesen Abstand aber optisch reduzierst, sieht man das nicht mehr so doll. Trotzdem darf ich nicht so da stehen, einfach nur so ein bisschen. Nur so ein bisschen, es strafft sich alles ein bisschen. Aber das muss nicht richtig sein. Bei mir, ich bin jetzt schlank und sportlich und ich will kräftig aussehen, muss das nicht sein. Es kann aber dazu führen, dass mein Gesicht dichter an der Kamera ist. Und wenn du sehr offenblendig arbeitest, was ich bei solchen Portraits nicht mache, aber wenn du das machst, dann führt das dazu, ich bin jetzt auf Blende 2.8 bei 50 mm, wenn ich jetzt sehr nahe komme, um diesen Effekt zu erzeugen, dann führt das dazu, dass meine Augen, meine Nase im Fokus sind, meine Ohren schon nicht mehr. Ja, manche Leute mögen das, ich bin da nicht so ein Fan von, aber dass ich das gesagt habe. So, und jetzt wird es schwierig. Wir haben über Licht gesprochen, wir haben so ein bisschen über Posing gesprochen und ich habe vor allem darauf hingewiesen, achte darauf, wie die Person aussieht. Achte darauf. Kein Kochrezept. Jede Person ist anders und du musst jedes Mal ein bisschen gucken, wie sieht die Person besonders gut aus. Und dazu gehört übrigens auch, viele Fotos machen. Viele, 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 viele Fotos machen, weil häufig sind es, ich zeige das, sind es nur Nuancen. So, ich stehe mal so. So, ich bewege nur den Kopf gerade ein bisschen. Jetzt bewege ich nur die Augen ein bisschen. Oder den Mund. Das sind ja nur winzige Nuancen. Und trotzdem kommt ein ganz anderes Bild raus. Ich sehe hell und freundlich aus, oder ich sehe nett und freundlich aus, oder ich sehe eher finster aus, ich sehe eher unfreundlich aus, ich sehe eher wie ein Geschäftsmann aus oder ich sehe eher aus wie der nette Junge von nebenan. Also mit ganz, ganz winzigen Muskulaturverschiebungen im Gesicht erreicht man sehr, sehr viel. Aber das ist schwierig. Das ist einfach, wenn du Schauspieler hast. Dann kannst du sagen, mach mal Gesicht sieben und Gesicht acht. Kann man sich darauf einigen, kein Problem. Aber mit normalen Leuten geht das eben nicht. Sondern du musst mit ihnen reden. Dann kannst du nicht sagen, denk mal an was Witziges. Das funktioniert manchmal aber sehr selten und häufig ist auch nicht das, was man will. Weil, noch so ein Praxistipp, wenn ich lache, was passiert? Ich bin halt irgendwie über 40. Was passiert? Meine Augen falten. Ich habe halt viele Augen falten und man zieht die Wangen hoch. Und wenn ich jetzt übergewichtig wäre und mich damit unwohl fühlen würde, heikles Thema, dann kriege ich Pausbacken. Will kaum jemand haben. Das heißt, viele Leute, viele erwachsene Leute, gerade ältere Leute, lachen nicht gerne auf Fotos, weil sie kennen Fotos von sich, wo sie übergewichtig aussehen, weil sie Pausbacken haben und ganz viele Falten um die Augen. Das wissen sie. Sagen die das aber nicht und wollen deswegen nicht lachen. Oder lachen dann nur verkrampft, weil sie wissen, das wird ja sowieso nichts. Jetzt muss ich lachen. Aber das wird ja nichts. Da ein bisschen Gefühl für entwickeln. Und dann lässt du sie halt nicht lachen, sondern halt nur lächeln. Oder du redest mit ihnen und versuchst halt eben einen Rapport aufzubauen und sie dazu zu bringen, dass sie natürlich lachen. Und echtes, natürliches Lachen ist grundsätzlich schon immer gut live und in einem Video. Auf Fotos sieht es häufig, nicht meistens, aber häufig doof aus. Ganz, ganz schwierig. Häufig ist es besser, ganz kurz vor dem Lachen oder nach dem Lachen. Vor allem vorher. Wenn man anfängt zu lachen, sind so die ersten paar Millisekunden, sieht das Gesicht eben noch nicht so verzerrt aus, aber die Augen lachen schon und dann passt es vielleicht eher. Aber das funktioniert nur, wenn du die ganze Zeit konzentriert durch die Kamera guckst und wenn du halt viele Bilder machst. Und den Kunden dann aber nicht alle zeigst nachher, sondern nur die guten zeigst. Und das wäre so ein bisschen das Schlusswort. Wenn du Portraits machst, die nicht Bewerbungsfotos sind, Bewerbungsfotos vielleicht, aber die nicht Passbilder sind. Passbild ist klar, man hat da Vorgaben, man muss irgendwie gerade stehen und so. Aber wenn du schöne Portraits machen möchtest in so einer Studiosituation, da sind Emotionen wichtiger. Es ist wichtig, dass die Person sich mit dem Portrait wohlfühlt. Und das habe ich gesagt, es sind häufig wirklich nur kleine Nuancengeschichte dazu. Ganz häufig habe ich das gehabt, wenn Leute zu mir kamen, Bewerbungsfotos. Und die kommen zu mir, holen das Handy raus und zeigen mir ein Foto von sich und sagen, so finde ich mich gut, so finde ich, dass ich gut aussehe. Und dann sehe ich ein Foto von ihnen am Strand oder auf einer Party oder so. Und die Person lacht halt irgendwie. Fünf Leute drauf und da ist der Kopf klein zu sehen und die Person lacht. Und die Person hat Erinnerungen an diesen Moment und finde das Foto toll, weil die Erinnerungen dabei sind und weil die Person natürlich lacht. So ein Zufallsschnappschuss. Kann ich nicht reproduzieren, keine Chance. Gucke ich an und sage, aha, mhm. Und vergesse es gleich wieder, weil was soll ich damit? Nützt mir ja nichts. Es sei denn, es ist irgendwas Auffälliges, wo ich sage, aha, mhm, ja, verstanden. Das kann natürlich sein. So, also ansonsten heißt es mit den Personen Rapport aufbauen, mit ihnen reden, sie vielleicht zum Lächeln bringen und versuchen halt eben daraus zu finden, was gefällt ihnen. Dauert halt ein ganz kleiner Moment. Aber immer falsch ist sowas. Und ab jetzt, ab jetzt wirst du diese Fotos häufig sehen, weil man sieht das erschreckend häufig, auch in Fotolehrbüchern. Da steht drin, dass man das so macht und dann sieht man Fotos, die irgendwie so aussehen und man sieht sofort irgendwie, was hat der oder die sich dabei gedacht? Sieht doch total doof aus. Sehe ich tatsächlich immer wieder auch von Politikern und so. Von Schauspielern nie. Schauspieler haben immer gute Bilder. Aber so Politiker oder sowas, solche Promis oder Filmschefs oder sowas, wo wahrscheinlich ein guter Fotograf, ein teurer Fotograf war. Und ich sage, oh Mann, da war Basics. Aber ich weiß, es ist schwierig. Das ist das andere, ne? Ich hoffe, das war ein bisschen hilfreich. Ich erkläre noch ganz kurz das Lichtsetup für diejenigen, die sich interessieren. Ich habe hier eine Videolampe stehen mit dem Striplight. Ich hole es mal still. Da sieht man das ja. Mit dem Striplight, das halt eben dafür sorgt, dass ich hier dieses kleine Rimmlight kriege. Und von vorne habe ich zwei Videolampen. Das sind in dem Fall, sind die von Rollei. Da habe ich neulich ein Review zu gemacht. Sieht man das so ein bisschen? Die sind super flach und schmal. Und die gibt es in verschiedenen Größen. Die kann man rollen sogar. Und die kann man jetzt halt eben sehr einfach hinstellen. Die kann man in der Helligkeit einstellen und in der Farbtemperatur einstellen. Sie brauchen sehr, sehr wenig Platz. Und dadurch, dass sie jetzt in dem Fall sind, dass die großen relativ groß sind, habe ich ein sehr gleichmäßiges Licht. Und es spielt nicht so eine Rolle, genau wo die sind. Die sind einfach irgendwo vor mir. Und dann ist gut. Zusätzlich habe ich hier noch einen Reflektor stehen. Auf dem Stativ. Mit einer Halterung. Also ein ganz normales Stativ. Der Reflektor. Der sorgt halt dafür, dass ich eben... Ich stelle es mal weg. Das Licht, das von vorne kommen lasse. Dann ist es jetzt so, dass ich keine dunklen Augen habe. Ich habe traditionell immer sehr dunkle Augen. Habe ich jetzt nicht unbedingt, weil die jetzt größer sind als ich. Und weil die gehen bis zum Bauchnabel bei mir. Also ich brauche den nicht zwingend. Aber häufig brauche ich den, wenn ich die jetzt höher schieben würde. Oder quadratische Softboxen hätte oder sowas, was ja sehr gängig ist. Dann bräuchte ich eben den Reflektor. Letzter Punkt. Warum habe ich hier zwei stehen? Das hat einen Nachteil. Ich komme mal dichter. Achte mal auf meine Augen. Ich habe zwei Streifen in den Augen. Das ist nicht zwingend gut. Ich könnte das ein bisschen reduzieren. Das zeigt gleich wie. Das führt aber dazu, dass ich sehr gleichmäßig geleuchtet bin. Weil im Grunde ist es jetzt eine sehr große Lichtquelle. Weil die strahlen also ein bisschen zur Seite. Das heißt, die Lichtquelle ist quasi größer als sie ist. Weil sie ein bisschen strahlt und sich überstrahlt. Dadurch habe ich aber diese beiden zwei Lichter drin. Ich habe aber kaum noch Pupille. So, ich kann die enger zusammenschieben. Zwei hat den Vorteil gegenüber einer. Eine richtig große kann ich hier nicht hinstellen, weil wo stehe ich die Kamera hin? Zwei kann ich so hinstellen, dass die Kamera dazwischen steht. Alter Pfadfinder-Trick. Wenn ich jetzt die Lichter zusammenbringe, wenn ich sie möglichst dicht zusammenspringe, dann ist diese zwei Reflektionen vielleicht irgendwo so, dass es wie eine aussieht. Aber wenn man genau hinguckt, sieht man es immer noch als zwei. Und die ist einfach jetzt sehr groß, sehr dominant. Das ist der Nachteil bei diesem Setup. Deswegen ist es nicht zwingend etwas, was ich häufig benutze. Sondern typischerweise mache ich das mit kleineren Softboxen, die ich dann von oben kommen lasse und dann wieder den Reflektor drunter. Auch da wäre das Wichtige, das ein bisschen auszuprobieren. Das ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Setup. Da sieht jeder gut drauf aus. Das ist falsch. Da sieht jeder jünger drauf aus, weil halt eben keine Falten mehr und so weiter, weil es alles ausgefüllt wird. Und deswegen ist es ein sehr, sehr guter Start zum Eisbrechen. Ich hoffe, das war hilfreich und nützlich, das Video. Wenn es dir gefallen hat, Daumen hoch da lassen, Abo da lassen, falls du es noch nicht hast und die Glocke, damit du immer mitkriegst, wenn ich ein neues Video mache. Viel Spaß, viel Erfolg mit deinen Portraits. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.